Dieser toxische Viewer hat mich auf höchst unfreundliche Art und Weise herausgefordert und ich dachte mir, ich wisch den Jungen eben weg. Was ich nicht wusste, der Typ kann was und arbeitet sich hier mit zwei Flipresets gekonnt an mir vorbei, trifft aber das Tor nicht. Hier gebe ich ihm zwar die Kontermöglichkeit, aber glaubt mir, wenn ich euch sage, in diesem Match werde ich das Tor meines Lebens machen. Für den Moment muss aber erstmal dieser Kollerball reichen und jetzt will unser Gegner es nochmal wissen. Ich kann aber mit dem Squishy Save exzellent parieren und darauf Airdribble across the field. Ich hole mir am Ball den Reset, nutze den aber um ihn zu bumpen und nicht um den Ball nochmal zu schießen, was ein Tor. Beflügelt, davon will ich noch mehr, aber diesmal geht es schief und natürlich gebe ich ihm wieder einen Konter. Unser heutiger Gegenspieler ist nicht zu unterschätzen, hier kann ich den Ball auf der Linie klären und hier schnappe ich ihm den auf der Nase weg, aber trotzdem schafft er es den Ausgleich zu machen. Und was ist denn heute los hier? Der Kux hier pincht nach dem Save und der ist auch noch drin. Leider gewinnt er aber direkt wieder den Kickoff und trotz Bump keine Chance. Die Entscheidung des Games kann ich aber treffen und zwar mit diesem Wahnsinns-Powerfleek GG.